Du wirst dich wahrscheinlich erinnern, dass ich dir in einem der letzten Videos gesagt habe, ich möchte dir heute mal erklären, wie man ein Unternehmen richtig gegen die Wand fahren kann, wie man ein Unternehmen praktisch vernichtet. Und wie du wahrscheinlich weißt, hat das Dreieck des Business, also das Trigon, wie wir es nennen, drei Elemente. Du hast einerseits den Kunden, du hast auf der anderen Seite natürlich das Produkt und du hast all die Skills, die es braucht, um beides miteinander zu verbinden. Und die erste Frage, mit der ich dieses Video für dich eröffnen möchte, ist, weißt du eigentlich, welchem Zweck ein Unternehmen dient? Ich mache es für dich ganz einfach und löse die Frage auf. Der einzige Zweck, dem ein Unternehmen dient, ist praktisch der Nutzen des Kunden. Weil wenn du dich für einen Zielkunden entschieden hast, wenn du weißt, für wen du deine Dienstleistungen, deine Produkte im Markt präsent hältst, dann ist es die Aufgabe, diesen Kunden eine maximale Dienstleistung, eine maximale Qualität zur Verfügung zu stellen, damit sie erstens dein Kunde werden, zweitens dein Kunde bleiben und drittens natürlich anderen Menschen von deiner großartigen Dienstleistung oder deinem Produkt erzählen und du weitere neue Kunden bekommst. Dein Kunde ist praktisch der einzige echte wahre Stakeholder, wenn es um die Interessen deines Unternehmens geht. Interessanterweise hat sich in den letzten 20 Jahren im deutschen, aber eben auch im weltweiten Vergleich, die Interessenlage doch sehr unterschiedlich gestaltet. Immer mehr Mitspieler sind auf den, nennen wir es mal, auf den Plan gekommen. Es gibt mittlerweile einen Begriff dafür, der nennt sich Stakeholder Value und der hat etwas damit zu tun, dass Unternehmen natürlich auch dafür sorgen, dass sie viele andere Interessen von, nennen wir es mal, Interessenvertretern berücksichtigen müssen. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass ein Unternehmen mittlerweile dazu da ist, es jedem dieser Interessenvertreter recht zu machen. Aber du kennst vielleicht den Spruch, everybody's darling is everybody's debt. Und genau das ist beispielsweise einem großen deutschen Bankhaus passiert. Und ich werde dir an diesem Beispiel mal erklären, was passiert, wenn du es unglaublich vielen Interessenlagern recht machen willst und du dabei das wichtigste Asset, was du hast, vergisst, nämlich deinen Kunden. Meine Wahrnehmung, meine Beobachtung, natürlich angereichert mit persönlicher Erfahrung, aber ganz wichtig für dich zu verstehen, es ist keine globale Abrechnung in irgendeiner Form, sondern es ist eine Beobachtung. Und weil dieses Beispiel auch so einzigartig dafür herhalten kann, um dir zu zeigen, was mit einem Unternehmen passiert, wenn man den Kunden als tatsächlich wichtigste Person, für den du als Unternehmen da bist, verliert und aus dem Auge verliert, da kannst du hier noch ein bisschen was mitnehmen und lernen. Ich möchte dir heute mal erzählen, was passiert, wenn du auf verschiedenste Interessenlager achtest. Und ganz zu Anfang möchte ich dir erstmal erklären und zeigen, welche verschiedenen Interessenlager gibt es denn mittlerweile neben dem Kunden. Und ich habe mir dazu auch ein paar Notizen gemacht, also verzeih mir, wenn ich ab und zu hier mal drauf schaue, weil es doch ein schon sehr komplexes Thema ist und ich möchte, dass du alles mitnehmen kannst, was dir für das Verständnis dieser Folge helfen kann. Also ganz wichtig, einer der wichtigsten Stakeholder ist natürlich der Kunde, ist der wichtigste überhaupt. Aber als Nächster kommt dann relativ schnell natürlich der Eigentümer des Unternehmens. Also im Falle eines Aktienunternehmens ist das natürlich der Aktionär. Der verfolgt eine andere Interessenlage. Er möchte nämlich Geld verdienen, da kommen wir gleich mal drauf. Dann gibt es neben dem Aktionär natürlich den Mitarbeiter. Der Mitarbeiter hat auch Interessen, die er in diesem Unternehmen wahrgenommen haben will. Kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Neben den Mitarbeitern gibt es Lieferanten, da gibt es Produktpartner, da gibt es aber eben auch Investoren, die neben dem eigentlichen Aktionär wie Banken beispielsweise Kredite in Unternehmen geben. Und nicht zuletzt gibt es die Interessenvertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind beispielsweise Personalräte oder das sind auch Betriebsräte. Und denen kommt eine ganz besondere Bedeutung beim Niedergang von Unternehmen zu. Das gilt nicht für jedes Unternehmen, aber doch schon für einige, weil alleine schon die Rechtslage in Deutschland mit Kündigungsschutzgesetz, mit Betriebsverfassungsgesetz und was wir alles haben dazu führt, dass die Machtposition von Betriebsräten eine, nennen wir es mal, eine Triebkraft hinter dem wirtschaftlichen Schaden in großen Konzernen sein kann. Was aber für Interessen vertreten diese jeweiligen Stakeholder? Der Kunde, der möchte natürlich das beste Produkt haben. Der Kunde möchte die beste Dienstleistung haben. Witzigerweise haben gerade in der Bankenlandschaft ganz viele Banken vergessen, dass Kunden durchaus bereit sind für eine tolle Dienstleistung, für ein tolles Produkt, für eine großartige Beratung auch ein Honorar zu bezahlen. Dass sie bereit sind, eine Kontoführungsgebühr zu bezahlen. Was daraus geworden ist, dass Banken das nicht auf dem Schirm hatten, darüber sprechen wir später nochmal ein bisschen genauer. Die Investoren wollen natürlich eine Rendite haben, ganz klar. Der Aktionär möchte eine Beteiligung am Gewinn haben, also eine Dividende. Der Lieferant möchte natürlich seine Marge ausweiten und der Produktpartner möchte möglichst viele eigene Produkte durch das Unternehmen abgesetzt bekommen. Und die Mitarbeiter, die wollen natürlich ihr Gehalt haben. Und die Betriebsräte, die möchten Macht erhalten. Denn ich darf dir eins sagen, aus eigener Erfahrung, Betriebsräte sind nichts anderes als ein politischer Mitspieler im rechtlichen Konzert des Unternehmens. Sie wollen wiedergewählt werden. Sei wie, sie werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens in regelmäßigen Betriebsratswahlen gewählt. Und die hauptamtlichen Betriebsräte sind sozusagen von der operativen Arbeit auch freigestellt. Sie dürfen nur ihre Arbeit als Interessenvertreter für ein Unternehmen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens nachkommen. Sie tragen also zum operativen Ergebnis des Unternehmens praktisch gar nichts bei. Und wenn du einen schlechten Betriebsrat hast, der schlecht drauf ist, dann sorgt er in der Regel dafür, dass du noch ein paar ganz andere Probleme als Arbeitgeber bekommst. Kommen wir gleich an dem Thema vorbei. Wie ich dir also gesagt habe, wenn du es all diesen Interessenlagern gut tun willst, gleich tun willst, kommst du nie auf den grünen Zweig, weil das alles Gegensätze sind, die sich unter Umständen nicht miteinander vereinbaren lassen. Und wie habt ihr ja gesagt, ich möchte dir heute mal erzählen, wie ein großes Bankhaus beispielsweise seinen eigenen, aus meiner Sicht erwartbaren Niedergang begonnen hat. Natürlich kann man noch viel tiefer in die Historie einsteigen. Ich mache das mal im Jahr 2001, um daraus für dich mal ein paar transparente Informationen abzuleiten, damit du das in einen richtigen Kontext bekommst. Ich spreche natürlich von der Commerzbank. Die Commerzbank, und ich darf sagen, sie war viele Jahre mein Arbeitgeber und ich habe dieses Unternehmen extrem geschätzt. Vorher war ich bei der Dresdner Bank, die es leider nicht mehr gibt. Da kommen wir gleich mal dran vorbei an dem Thema. Aber mit der Beobachtung aus der heutigen Sicht, aber eben auch aus der Zeit des eigenen Erlebens, möchte ich heute mit dir ein paar Themen teilen, die dir vielleicht ein besseres Verständnis davon geben, was man als Management tun sollte und was man vielleicht als Management vielleicht nicht tun sollte. Und das geht nicht nur der Commerzbank so, das geht auch der Deutschen Bank so, das geht auch der, ach keine Ahnung, ganz vielen verschiedenen Unternehmen so, auch aus der Chemiebranche und vielen anderen Konzernen, weil nicht immer ist es sinnvoll, wenn du eine Söldnereinheit an der Spitze eines Unternehmens hast. Nichts anderes sind in meiner Wahrnehmung Vorstände. Wenn du ein Familienunternehmen hast, wenn du ein Unternehmen hast, was durch Menschen geführt wird, die eine Beziehung zu diesem Unternehmen haben, dann hast du definitiv eine völlig andere Wahrnehmung auf die Aufgabe des Unternehmens und das, was das Unternehmen bedeutet. Wenn du allerdings Menschen in deinem Unternehmen sitzen hast, die qua Vertrag für fünf Jahre einer Aufgabe nachkommen und sie dafür eingestellt werden, dieser Aufgabe nachzukommen, dann hast du vielleicht nicht die richtigen Leute an Bord und sie folgen nicht unbedingt dem Interesse des Unternehmens, sondern ihrem eigenen, ja nennen wir es mal, Anspruch als Manager, ein gutes Gehalt zu verdienen und, naja, die Machtposition, die man mit dieser Position inne hat, auch ein bisschen auszubauen. Aber das ist reine Spekulation. Lass uns mal einsteigen mit dem, ja, aus meiner Sicht beginnenden Rückgang eines Wertes von einem Unternehmen, was mal die zweitgrößte Bank in Deutschland war. Gehen wir mal ins Jahr 2001. Da gab es noch die Dresdner Bank, da gab es auch die Commerzbank und die Deutsche Bank. Und diese drei Unternehmen hatten alle drei ein sogenanntes Hypothekenbankgeschäft. Das heißt, das Hypothekenbankgeschäft ist das Geschäft, in dem die Baufinanzierungen, die Häuslebauer sozusagen ihre Kredite bekommen haben. Und dieses Geschäft haben diese drei Banken damals ausgelagert in eine sogenannte Eurohypo. An der war jede der drei Banken nachher beteiligt, mit einem entsprechenden Anteil. Aber man hat das gesamte Geschäft in diese Eurohypo aus der Bilanz der Unternehmen rausgezogen. Man hat es dem Markt damals als den größten Coup der deutschen Bankengeschichte, als das Heben von unglaublichen Synergien verkauft. Und man hat das begründet damit, dass man natürlich mit diesem Konglomerat von vielen Nachfragen und dem großen Geschäft dreier Banken natürlich gegenüber den Refinanzierungsinstituten eine ganz andere volumensbedingte Verhandlungsmasse hat, um sich besser refinanzieren zu können. Man kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Banken abbauen und sie in die Eurohypo-Bank umlegen und damit natürlich auch Arbeitsplätze reduzieren, Prozesse verschlanken und vieles, vieles mehr. Also es wurde von der Presse damals und von den Banken gefeiert, als wäre es der größte Coup der jüngeren Bankengeschichte. Interessanterweise hat die Commerzbank 2005 dann die Entscheidung getroffen, naja, ich möchte gar nicht mehr irgendwie 30% an der Eurohypo haben, ich möchte sie ganz haben. Also hat sie der Deutschen Bank und dann der Allianz, die mittlerweile Eigentümerin der Dresdner Bank wurde, ein Angebot für die Übernahme von deren Anteilen gemacht und natürlich hat eine Allianz gesagt, hier kannst du meinen Anteil haben, ich mache mein Hypothekenbankgeschäft auch ohne die Eurohypo und hat dann das Baufinanzierungsgeschäft in-house anders organisiert und die Deutsche Bank hat gesagt, naja, wenn du unbedingt, liebe Commerzbank, die Eurohypo haben willst, dann kriegst du sie, gib uns eine Abzahlung oder eine Zahlung auf unseren Anteil und dann haben die Cash bekommen und die Eurohypo wurde von der Commerzbank einverleibt. Interessanterweise begann ab diesem Zeitpunkt ja schon im Immobilienmarkt so ein bisschen die Blasenbildung, die dann ihre Spitze fand im 2008, als die Subprime-Krise aus den USA auch nach Europa schwappte, was dazu führte, dass 2008 die Eurohypo bei der Commerzbank mit einem Negativergebnis von 7,5 Milliarden Euro zu Buche schlug. Also dieser Coup, den man sich ursprünglich gedacht hatte, das gesamte Geschäft und damit die gesamten Kundenverbindungen der Eurohypo zu werthaltigen Kunden auch in anderen Geschäftsbereichen zu machen, ging mal eben komplett nach hinten los. Jetzt kam 2008 noch ein zweites Thema hinzu, nämlich die Allianz, die ja dann immerhin Eigentümerin der Dresdner Bank war, der Bank, in der ich meine Bankkarriere angefangen hatte und zu der ich eine hohe Meinung hatte. Und ich habe echt, ich darf das hier mal so sagen, ich habe die Dresdner Bank geliebt, ich habe sie vergöttert, sie war mein Arbeitgeber damals, auf den ich große Stücke gehalten hatte und mit wirklich Tränen in den Augen musste ich feststellen, dass es keine Dresdner Bank mehr gab, als die Allianz damals die Dresdner Bank gekauft hat. Nun ja, die Dresdner Bank zu integrieren war für einen Versicherungskonzern jetzt auch eine Herkulesaufgabe, weil man das natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber eben auch den selbstständigen Vertretungen verkaufen musste, warum man jetzt plötzlich eine ganze Bank hat. Das hat sich also wirtschaftlich für die Allianz nicht wirklich gut getragen und so kam die Allianz teilweise durch die Integrationskosten der Dresdner Bank ein bisschen in Schieflage. Und diese Schieflage hat dazu geführt, dass die Regierung, die Bundesregierung natürlich mit einem offenen Auge unterwegs war und sich nicht leisten wollte und konnte, dass die Allianz als größter deutscher Versicherungskonzern irgendeine finanzielle Schieflage erleidet. Also hat man, nennen wir mal hinter verschlossenen Türen, miteinander ein bisschen gekungelt und hat die Commerzbank freundlich darauf hingewiesen, dass es doch Zeit wäre für eine Fusion zweier deutscher Banken, die nach diesem Merger praktisch die zweitgrößte deutsche Bank abbilden könnten nach der deutschen Bank und damit auch im internationalen Vergleich definitiv eine hohe Wettbewerbsfähigkeit hätten. Also wurde praktisch hinter verschlossenen Türen der Deal des Verkaufs der Dresdner Bank an die Commerzbank eingefädelt. Die Commerzbank hatte zu diesem Zeitpunkt gar nicht so viel Eigenkapital und musste eine entsprechende Kapitalerhöhung vornehmen, um den Kauf der Dresdner Bank stemmen zu können. Die Dresdner Bank hatte zum Zeitpunkt damals eine Bilanzsumme von 463 Milliarden Euro. Warum das wichtig ist, da kommen wir gleich nochmal dazu. Nach dem Einverleiben der Dresdner Bank in die Commerzbank ging das Problem richtig los. Die Commerzbank hatte damals dann mit diesem Merger eine neue Bilanzsumme von 1,2 Billionen Euro und war damit tatsächlich nach der deutschen Bank die zweitgrößte Bank im deutschen Markt. Die Deutsche Bank hatte damals 1,6 Billionen Euro, also eine Riesenhausnummer und trotzdem, die Commerzbank war selbst nach der Fusion mit der Dresdner Bank noch 400 Milliarden von entfernt. Ist aber nicht dramatisch, praktisch ein Riesenunternehmen. Das Problem, wenn du zwei Banken zusammenbringst, die technisch nicht aufeinander abgestimmt sind, ist, dass du, damit du all diese Kunden der einen Bank in der anderen Bank auffangen kannst, technische Schnittstellen zwischen den Systemen bilden musst. Also ein Beispiel, um es zu vereinfachen. Die technische Datenleitung oder der technische Datenbestand, wo früher ein Sparbuch in der Dresdner Bank technisch angehangen war, musste jetzt über eine Schnittstelle bei dem ankommen, wo in der Commerzbank Sparbücher in der Kundendatenbank angelegt wurden. Und so verhielt es sich mit allen Produkten, die du in einer Bank kaufen kannst. Girokonten, Kreditkarten, Tagesgeldkonten, Kredite, Baufinanzierungen, Lebensversicherungen. Also das gesamte Produktuniversum musste einmal mit allen Kundendaten sauber von einer Bank in die andere umgezogen werden. Das ist bei einem Merger halt so. Übrigens egal, ob das Banken sind oder ob Softwareunternehmen zusammengehen. Das Problem ist natürlich, dass das Unmengen an Geld verschlingt und vor allen Dingen Unmengen an Zeit. Ab der Übernahme der Dresdner Bank bis in die heutige Zeit hat sich dieses Thema fortgezogen. Nicht mehr ganz so extrem, aber in den ersten Jahren war die Integration etwas, was man als Beschäftigungstherapie bezeichnen könnte, weil natürlich es extrem wichtig war, dass alle Kunden auf einer technischen Datenplattform ankommen. Was hat das mit dem Kunden zu tun, der ja das wichtigste Asset eines Unternehmens ist? Der Kunde hat eigentlich von dem Merger, von dem großen Vorteil, den die Übernahme mit sich bringen sollte, gar nichts gehabt. Die Commerzbank hat sich viele, viele Jahre mit sich selbst beschäftigt und das hat der Kunde gemerkt. Und weil die Commerzbank natürlich auch nicht blöd war, haben die gesagt, wir müssen natürlich aufpassen, dass uns die Kunden nicht von Bord gehen. Also wurden den Kunden insgesamt Produktangebote unterbreitet, die ein hohes standardisiertes Maß hatten, die aber den Kunden auch in diesem Bereich natürlich verschiedene Offerten angeboten haben, um Kunde zu werden. Also beispielsweise ein 0-Euro-Girokonto. Dieses 0-Euro-Girokonto war geknüpft an ein bestimmtes Einkommen, was im Monat erzeugt werden musste. Und dieses Einkommen hat dann dafür gesorgt, dass der Kunde ein 0-Euro-Girokonto bekam. Und da bekam der noch ein anderes kostenloses Produkt dazu, wie ein Tagesgeldkonto und so weiter und so fort. Also praktisch wurde, um Kunden zu gewinnen, eine Discount-Politik in der Commerzbank eingeführt. Neben dieser Discount-Politik gab es aber noch einen Benefit für die Kunden obendrauf, nämlich die haben 100 Euro Begrüßungsgeld bekommen für das Eröffnen eines eigenen Girokontos. Und neben dem Begrüßungsgeld gab es auch noch eine Empfehlungsprämie, nämlich wenn du einen neuen Kunden mit einem Girokonto in die Commerzbank gebracht hast, dann hast du noch 50 Euro Empfehlungsprämie bekommen oder irgendeinen Toaster oder irgendwas anderes, was auf dieser gesamten, ja nennen wir es mal, Benefit-Liste stand, die du bekommen konntest für eine gelungene Empfehlung. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass der Kunde am Ende des Tages nicht wirklich ein großartiges Produktangebot bekam. Wenn du alles mit Discount verkaufst oder als Discount verkaufst, nimmst du das ja gar nicht mehr als echte, besondere Leistung wahr, sondern du als Kunde hast den Eindruck, naja, es ist jetzt alles umsonst, es ist alles for free und naja, ich habe mich daran gewöhnt. Aber neben der Discount-Politik gibt es natürlich noch ein paar andere Themen und über die möchte ich jetzt mit dir sprechen. Beispielsweise, als die Dresdner Bank in der Commerzbank aufging, hieß es natürlich, wir können gar nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem neuen großen Konzern gebrauchen. Über 7.000 Stellen wurden in dieser Zeit abgebaut und das musste natürlich auf eine nach deutschem Recht möglicherweise sozialverträgliche Art und Weise passieren. Denn Unternehmen haben zwei Arten Mitarbeiter aus dem Unternehmen herauszubekommen. Entweder durch eine ordentliche Kündigung, die in der Regel betriebsbedingt sein müsste, oder durch einen sogenannten Interessenausgleich mit einem Sozialplan. Das heißt, wenn du solche Sachen durchziehst, brauchst du die Interessenvertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Betriebsräte dafür, weil eine Kündigung natürlich ein sogenanntes mitbestimmungspflichtiges Rechtsgeschäft ist. Das heißt, der Betriebsrat muss zustimmen, wenn das Unternehmen einen Mitarbeiter kündigen möchte. Und damit das möglichst einvernehmlich passiert und nach ein paar Regeln, die miteinander verhandelt worden sind, brauchen die Unternehmen natürlich das, nennen wir es mal, wohlwollende Einverständnis der Gremien, also der Betriebsräte. Und da werden sehr, sehr harte Verhandlungen geführt, weil es natürlich auch darum geht, die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, die sich jetzt selbst gegenüber dem Arbeitgeber vielleicht mit ihren eigenen Interessen so nicht durchsetzen können. Und das hat dazu geführt, dass natürlich die Banken versucht haben, entweder älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Ausstieg aus dem Unternehmen schmackhaft zu machen, indem sie beispielsweise bestimmte Altersausstiegsszenarien gebaut haben, die dann mit einem hohen Kostenaufwand für die Bank versehen waren und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann schleichend aus dem Unternehmen ausgeschieden waren. Die brauchten sich nicht mehr da auf den Weg machen, um einen neuen Job zu finden. Andererseits gab es eben auch Abfindungen, die angeboten worden sind für Mitarbeiter, die extrem teuer waren und wo man gesagt hat, also die würden wir lieber nicht mehr beschäftigen, damit wir hier die Kosten reduzieren können. Und auf der dritten Seite wurden natürlich, um älteren Mitarbeitern das Verbleiben im Unternehmen übrigens unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit zu ermöglichen, wurden junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beispielsweise auch Auszubildende am Ende ihrer Ausbildung gar nicht mehr übernommen. Was ich persönlich immer traurig fand, weil wenn du Menschen ausbildest und du sie in dieser Ausbildung an dein Unternehmen heranführst und sie entsprechend auch loyal eingestellt sind und sie auch noch Talent haben, in diesem Job großartige Ergebnisse zu erzeugen und dann sagst du am Ende der Ausbildung, tut mir leid, wir können dich nicht übernehmen, war eine tolle Zeit mit dir, aber bedingt durch unseren Sozialplan bist du jemand, der wahrscheinlich viel schneller eine Chance hat, am Arbeitsmarkt eine neue Stelle zu kriegen, als ein Mitarbeiter, der 40, 45, 50 ist und den wir heute sozusagen normalerweise aus den Unternehmen entfernen müssten. Also da ist uns lieber, du kriegst deinen Ausbildungsvertrag nicht verlängert oder nicht als Angebot der Übernahme und wir können diesen alten Mitarbeiter behalten. Wenn ich das so sage, dann hat das natürlich auch einen Grund. Warum? Ich mache dir ein Beispiel. In den letzten 15 Jahren hat sich in der Bankenlandschaft ganz, ganz viel getan in Bezug auf Digitalisierung. Viele Banken haben Apps eingeführt, sie haben im Online-Banking extrem nachgelegt, angefangen damals bei der TAN, beim TAN-Banking und was es alles gab, Telefon-Banking und so weiter und so fort. Das heißt, um es den Kunden leichter zu machen, Bankgeschäfte online von zu Hause am Telefon oder am PC abzuwickeln, machte es natürlich Sinn, den Kunden dieses Geschäftsmodell zu erklären und ihnen dabei zu helfen, die Bankdienstleistungen digital zu nutzen. Das wiederum hätte ja sinnvollerweise funktionieren müssen und können, wenn jeder Bankmitarbeiter per se auch mal Online-Banking selbst gemacht hätte und selbst Anwender war. Aus eigenem Erfahren kann ich dir sagen, ich hatte diverseste Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen in meinem Bereich, die sich strikt geweigert hatten, Online-Banking selbst zu machen und waren damit, obwohl sie im Vertrieb und in der Kundenberatung eingesetzt waren, dem Kunden gar nicht erklären konnten, wie Online-Banking funktioniert. Das heißt also, obwohl dem Kunden ein wichtiger Vorteil durch eine Produktinnovation hätte zur Verfügung gestellt werden können, wurde es nicht getan, weil Mitarbeiter nicht bereit waren, diese Produkte selbst anzuwenden und damit natürlich auch nicht in der Lage waren, dieses Produkt sauber zu vermitteln. Und genau diese Mitarbeiter standen allerdings unter dem Schutz der Interessenvertretung, der Betriebsräte. Das hieß also, in einer Zeit, wo Abbau angesagt war, hätte man sich von Mitarbeitern, die nicht leistungswillig waren, ich sage das ganz bewusst an dieser Stelle so, nicht trennen können, weil eine sogenannte Besitzstandswahrung und Sozialpläne dafür gesorgt haben, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen nicht mal einfach so Mangelsleistung hätten verlassen können. Denn das war nicht das Auswahlkriterium. Das Auswahlkriterium war nach bestimmten sozialen Gesichtspunkten angesetzt und das hatte mit der Leistung des Kollegen oder der Kollegin überhaupt nichts zu tun. Und das wiederum heißt natürlich, dass das Unternehmen gar keine Chance hatte, sich entsprechend gegen diesen Auswahlprozess, der hart verhandelt worden ist, mit den Betriebsräten zu wehren. Aber wenn du die Mitarbeiter gar nicht loswerden kannst, die nicht leistungswillig sind, um Mitarbeiter einzustellen oder zu behalten, die genau dieses Engagement an den Tag legen, dann hast du schon mal einen der größten Niedergänge der Bankenlandschaft praktisch mit unterschrieben. Und ich mache dem Management jetzt an dieser Stelle gar keinen Vorwurf, das ist das politische System in Deutschland, was es eben schwer macht, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Leistung zu beurteilen. Und das hat wiederum dazu geführt, dass eben eine Überalterung der Mitarbeiterschaft eine Rolle gespielt hat und dass neben dem Niedergang der Zinslandschaft, in der die Bank ja praktisch gar kein Geld mehr verdient hat, wie alle anderen Banken im Übrigen auch, natürlich Mitarbeiter Produkte an den Kunden bringen sollten, für die sie selber gar keine Bereitschaft mitgebracht haben, sie zu nutzen. Auf der anderen Seite wurden den Kunden natürlich immer mehr standardisierte Produkte angeboten. Die individuelle Kundenberatung hat abgenommen. Und wenn du immer nur Standard bekommst, obwohl du als Kunde natürlich zur Bank gehst, weil du ein individuelles Problem hast, aber du kriegst genau dasselbe Produkt wie dein Nachbar. Egal, ob du jetzt eine Wertpapieranlage machst oder ob du irgendwas über Altersvorsorgeberatung wissen möchtest. Wenn dasselbe Produkt jedem angeboten wird, also welchen individuellen Nutzen hat dann für mich die Beziehung zu einem Bankunternehmen? Aber das ist eine andere Baustelle. Wichtig ist, dass du verstehst, wie hat sich dieses Geschäftsmodell entwickelt und was ist seither passiert. Und was seither passiert ist, kannst du an der aktuellen Situation der Commerzbank ablesen. Die Commerzbank musste vor zwei Jahren für den nächsten Pleitegeier im DAX, nämlich Wirecard, ihren Platz im deutschen Aktienindex abgeben. Einfach weil die Zahlen, die sie hervorgebracht haben, obwohl jedes Vierteljahr von neuen Strategien, von einer veränderten Strategie gesprochen wurde und das Management natürlich mit großen Worthülsen verkündet hat, wir werden das Unternehmen aus der Substanz heraus stabil halten, wir wollen wieder mitspielen im Bankenmarkt, es trotzdem nicht funktioniert hat. Und das hat dazu geführt, dass die Commerzbank aus dem DAX geflogen ist. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich jetzt ein Sanierer an den Start kommen musste, nachdem das Vertrauen in den bisherigen Vorstand von den Aktionären, insbesondere Seberus und Co., nicht mehr vorhanden war. Und was macht der Neue? Er kommt her und versucht, mit denselben alten Strategien und denselben Sprüchen den Aktionär zu beruhigen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beruhigen und sagt im gleichen Atemzug, 10.000 Arbeitsplätze werden wegfallen. Und jetzt kommt das Spannende. Was glaubst du eigentlich, wovon diese 10.000 Arbeitsplätze, die jetzt viele Familien in die Unsicherheit treiben, die bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein riesen Kopfkino auslösen und ich möchte mit keinem dieser Menschen tauschen. Ich bedauere ehrlich gesagt, dass diese Menschen schon wieder durch so eine Schleife müssen. Was wird passieren? Die Commerzbank wird ein weiteres Mal ganz tief in die Tasche greifen müssen, um Rückstellungen zu bilden für Abfindungen, die über einen neu zu verhandelten Sozialplan mit Interessenausgleich ausgezahlt werden müssen über die nächsten Jahre und sie müssen natürlich für die zu schaffenden Altersvorsorge-Regelungen Rückstellungen bilden. Also, dass dieses Unternehmen mal langfristig wieder in die Gewinnzone kommt, da mache ich meinen Zweifel dran. Und jetzt verkündet die Commerzbank parallel, dass der Fokus weiterhin auf den Unternehmenskunden liegt, dass der Fokus weiterhin auf den vermögenden Privatkunden liegt, also den Wealth-Management-Kunden, denen, die richtig viel Geld haben. Und jetzt stelle ich mir mal die Frage, in der nüchternen Betrachtung, wenn ich heute richtig viel Geld habe, würde ich mein Geld einem Bankhaus anvertrauen, was in den letzten zehn Jahren seinen Aktienkurs um über 95 Prozent reduziert hat? Was seine Hausaufgaben in Bezug auf unternehmerische Kompetenz, auf unternehmerisches Wachstum nicht in der Lage war, so umzusetzen, dass ich Wachstum erkennen kann? Würde ich einem solchen Unternehmen mein Kapital anvertrauen? Ich würde es nicht. Und nicht, weil ich mal Mitarbeiter dieses Unternehmens war. Sondern aus rein rationalen Erwägungen heraus. Der Aktienkurs des Unternehmens macht praktisch dem Aktionär schon seit vielen Jahren keinen Spaß mehr. Kunden müssen jetzt, weil das Unternehmen Erträge braucht, davon ausgehen, und das ist ja schon passiert, dass es das kostenlose Girokonto nicht mehr gibt. Dass sie also künftig für diese Dienstleistung wieder Geld bezahlen müssen. Nach all den Jahren, wo sie ihre gesamte Kundschaft an den Discountpreis gewöhnt haben, wird jetzt die Notwendigkeit groß, mit diesen Dienstleistungen wieder Geld zu verdienen. Was aus meiner Sicht auch ökonomisch und unternehmerisch für das Unternehmen wichtig ist und auch absolut legitim ist. Aber der Kunde wird es nicht verstehen. Und das ist die Aussage, die auch das Management der Commerzbank getroffen hat. Nämlich, wir rechnen damit, dass wir in den nächsten Jahren bis zu zwei Millionen Kunden verlieren werden. Klammer auf, all diese Kunden wollen wir eigentlich sowieso nicht haben, weil wir sie in den letzten fünf oder acht Jahren immer nur angefüttert haben mit irgendwelchen Sonderschnäppchen. 100 Euro Startguthaben, 50 Euro Empfehlungsprämie und was wir alles vorhin hatten. Und jetzt kommen noch mal zwei Zahlen dazu. Die Commerzbank, ich hatte es vorhin gesagt, hatte zum Zeitpunkt der Übernahme der Dresdner Bank mit deren Bilanzsumme gemeinsam eine Bilanzsumme von 1,2 Billionen Euro und war damit sehr nah an der Deutschen Bank dran. Heute, also mit der letzten Bilanz, die letzte veröffentlichte Bilanz aus dem Jahr 2019, zeigt 463 Milliarden Euro. Die Dresdner Bank, da muss ich mich berichtigen, die hatte ich vorhin genannt, die Zahl, aber das war nicht richtig. Die Dresdner Bank hatte zum Zeitpunkt der Übernahme durch die Commerzbank als Juniorpartner eine Bilanzsumme von 480 Milliarden Euro. Und wir reden jetzt mal nur über Fakten. Wenn sich ein Unternehmen in der Bilanzsumme sozusagen innerhalb von zwölf Jahren nach der Übernahme einer anderen Bank um 66 Prozent reduziert, also wie sehr muss ich dann noch an Wachstumsgeschichten glauben, die mir ein Management erzählt, dass ich die Hoffnung behalten kann, dass dieses Unternehmen on the long run weiter existieren wird. Ich habe die große Befürchtung, dass die Commerzbank nach dem Ausscheiden aus dem DAX, nach dem, was in den nächsten Jahren an Abbaumaßnahmen betrieben wird, im Wettbewerb mit all den ganzen Fintechs, die der Markt uns immer wieder neu als Player präsentiert, momentan einen Tod auf Raten begonnen hat. Und nicht nur jetzt, sondern schon sehr, sehr lange. Und es würde mir unglaublich leid tun, wenn das wirklich Wahrheit wird. Aber ich habe natürlich auch zusehen müssen, wie das Unternehmen, in dem ich meine Bankkarriere angefangen habe, tatsächlich nicht mehr existiert. Die Dresdner Bank, meine berufliche Heimat, für die ich wirklich durch dick und dünn gegangen wäre, diese wurde durch eine Fusion einfach vom Markt getilgt. Und das Schicksal wird die Commerzbank gegebenenfalls auch ereilen. Insbesondere, wenn du dir anschaust, wie sich der Börsenkurs entwickelt hat, ich hatte es gesagt, wie sich die Bilanzsumme entwickelt hat. Die Commerzbank ist schon längst kein ernstzunehmender Player mehr im deutschen Bankenmarkt. Und das sorgt natürlich für einiges an Achtungszeichen. Also in meiner Wahrnehmung ist das ein Beispiel dafür, wie ein Unternehmen, was einst ein Branchenprimus war, was einst eine große ökonomische Größe in Deutschland war, was für Stabilität stand, was Systemrelevanz hatte, wie man sich da, wie man mit so einem Unternehmen in die, naja, ich will es mal so sagen, in die nicht mehr wahrnehmbaren Sphären einer deutschen Wirtschaft entwickelt. Ich persönlich finde es traurig. Das meine ich auch wirklich von Herzen und Ernst. Und ich wünsche jedem Mitarbeiter in der Commerzbank natürlich nur das Beste, weil auch mein Herz schlägt immer noch ein Stück weit für dieses Unternehmen als meinem ehemaligen Arbeitgeber. Und auch ich bin da immer noch Kunde. Aber das, was ich an Zahlen und Fakten sehe, das, was ich an Marktentwicklung sehe, das, was ich sehe, was über das Management mit diesem Unternehmen in den letzten Jahren passiert ist, zeigt mir eindeutig, dass in diesem Dreiklang von Kunde, Produkt und den Skills, mit denen ich diese Dinge zusammenbringe, dieses Unternehmen an zwei zentralen Kernpunkten gescheitert ist. Einerseits an den Skills des Managements und sorry, wenn ich das sage, ich meine, ich habe nie so eine Verantwortung gehabt, aber Zahlen sprechen halt eine eigene Sprache und an der Arbeit mit meinem Kunden. Und wenn beide Dinge schief gehen, dann ist das ein Riesenachtungszeichen in Bezug auf, kann dieses Unternehmen aus eigener Kraft überhaupt nochmal zurückkommen. Diese Folge, mit dieser wollte ich dir zeigen oder möchte ich dir zeigen, dass natürlich ein Management eine Verantwortung hat. Und egal, ob du als Unternehmer deinem eigenen Unternehmen vorstehst oder ob du einen Geschäftsführer einsetzt, der die Interessen deines Unternehmens im Markt vertreten soll, vergiss bitte nie, der Einzige, der deine Bewertung abgeben wird über die Qualität deines Unternehmens und an dessen Wohlwollen die Existenz deines Unternehmens hängt, ist dein Kunde. Und wenn du dich zu lange, zu oft, zu intensiv und zu erfolglos nur mit dir selbst beschäftigst, dann musst du davon ausgehen, dass du Kunden verlieren wirst und weil es sich rumspricht und weil es an Zahlen ablesbar ist, du wahrscheinlich auch kaum noch neue Kunden gewinnen wirst. Und diese Lektion ist wichtig, dass du die als Unternehmer lernst, bevor du in einen solchen Strudel hineingerätst. Mit dieser Folge also meine Warnung an dich. Achte bitte darauf, dass deine Skills, die du als Unternehmer hast, nur diesem Zweck dienen, dass dein Unternehmen eine Größe erreicht, eine Schlagkraft erreicht, eine Expertise erreicht, die deinen Kunden nicht nur zum Kunden machen, sondern zu einem Fan machen, weil er von deiner Leistung begeistert ist, weil er von dem, was du mitbringst, wirklich partizipieren kann, dich weiterempfiehlt weiterempfiehlt und dafür sorgt, dass du als Unternehmen wachsen kannst. Das ist mein Statement mal dazu. Es ist ein trauriges Erlebnis, über das ich jetzt gerade mit dir gesprochen habe, aber es ist am Ende des Tages nicht von der Hand zu weisen, dass wir hier über Fakten und Tatsachen sprechen, so traurig, wie sie auch sind. Aber man kann natürlich an solchen Beispielen lernen, wie man es nicht macht. Und das ist die Botschaft, die ich dir mit diesem Video mitgeben möchte. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist und wünsche dir bis zu diesem Zeitpunkt mit deinem Unternehmen oder im Gedanken an den Aufbau eines eigenen Unternehmens unglaublich viel Spaß, unglaublich viel Erfolg und in diesem Sinne alles Gute. Wir sehen uns bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.